Herzlich Willkommen zu diesem Let's Play im heutigen Marathon. Wir haben noch den ein oder anderen Part vor uns, bevor der Marathon gänzlich endet. Wir haben im letzten Part das Pferd Abendstern gefunden in Zelda Breath of the Wild. Ich hab's jetzt noch gar nicht angekündigt, ne? Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild ist klar. Dürfte eigentlich klar sein. Oh, davor hat auch unser Pferd Angst. Aber sie schafft alles. Sie schafft alles, Leute. Und dieser Octorok hier ist Geschichte. Bam! So muss das aussehen. So ist Teamwork. So hab ich mir das die ganze Zeit über vorgestellt. Es scheint gerade die Sonne. Vielleicht sollten wir hier mal die Säulen hochklettern. Irgendwo... Wo war's denn jetzt hier? Hier war doch noch eine Säule, ne? Da klettern wir jetzt rauf. Oh, das war jetzt unangenehm für sie. Kommen wir denn da hoch? Ich glaube, wir könnten mehr Ausdauer. Durchaus mehr Ausdauer haben. So. Wir haben ja Malodius nicht wiederbelebt. Malon hat uns vorgeworfen, dass wir es getötet haben. Und das haben wir ja auch. Das Ding ist, in Breath of the Wild muss man das Tier töten, wenn man es nicht mehr im Speicherplatz haben will. Ja, es ist hier leider so, man muss das Tier töten. Die Alternative ist, ähm... Ja, es gibt keine Alternative. Wenn man das Pferd nicht mehr im Team haben will... ...dann muss es getötet werden. Ein Boomerang. Was? Hier sind ja noch mehr Wildpferde. Wie viele Pferde gibt's hier, bitteschön? Und das da vorne sieht doch mal stark nach Krog aus. Und da vorne die Säule gucken wir uns auch gleich noch an. Aber erst mal Stasis-Modul. Eine Schatztruhe. Sieht man schon. Merkwürdig, dass das hier keine Krogs sind. Boah. Also mit dem Ding an hier muss man aber auch höllisch aufpassen. Holy Crap. Ein Opal. Immerhin. Über Opale kann man nicht meckern. So. Nur aus diesem Grund habe ich tatsächlich Malodius getötet. Boah, das hier ist schon arg hoch, ne? Denn es blieb keine andere Wahl. Weil zwei Pferde wollen wir mindestens noch haben. Mindestens. Nämlich das Schimmelpferd und das Riesenpferd. Was uns auch im letzten Part schon als Mission angegeben wurde. Boah, das hier wird echt knapp, Leute. Boah, das hier wird wirklich knapp. Hm. Link gibt dein Bestes. Wobei wir müssten es eigentlich schaffen, oder? Wir schaffen es wirklich gerade so. Wirklich gerade nur so. So. So war es gedacht und... Moment, was ist das? Ja, es ist ein Krok. Was muss ich denn hier machen? Es ist ein Krok, aber... Oje, 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 oje. Bis wir da oben sind. Ist der Timer doch schon längst abgelaufen, oder? Wobei, der Timer hatte viel Zeit, ne? Oh, das schaffen wir nicht mehr. Okay, dieser Krok ist gar nicht mal so einfach. Aber jetzt muss ich ernsthaft wieder da hochklettern. Äh, ne, warte, das machen wir anders. Das machen wir echt anders. Hier ist die Säule, ne? Da, wo Abendstern steht. Machen wir ein Krok-Zeichen hin. Das werde ich jetzt so nicht bekommen. Wo steht Abendstern denn? Ja, on point. Noch genauer konntest du dich aber auch hier nicht hinstellen, ne? Klasse, ich bin beeindruckt. Du machst gute Arbeit. Sie macht echt gute Arbeit. Sie ist echt eine gute Begleiterin bis jetzt. Und ich muss das natürlich auch würdigen. Oh, aufpassen, dass wir uns gegen den Baum rennen. Jetzt haben wir natürlich alle unsere Kohle ausgegeben. Wobei... Trüffel, 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 Trüffel. Wir machen jetzt folgendes in diesem Part. Wir... machen einen langen Weg... nach Hatheno. Hatheno ist von hier noch wirklich weit, weit, weit weg. Ich glaube allerdings, dass wir es mit Abendstern schaffen, schnell genug zu sein. Wenn sie diese Tour hier geschafft hat, ohne größere weitere Probleme... Es sei denn, ich verlaufen mich natürlich, aber das ist dann meine Schuld. Gibt es von mir, glaube ich, nochmal eine Fit-Karotte für sie? Kommst du hier hoch? Also runter kommt sie ja. Komm, was packst du? Ja, sie packt es halt einfach echt, ne? Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Sie packt es halt einfach echt, hier wieder hochzugehen, ne? Das hätte mit gewissen anderen Pferden einfach nicht funktioniert. Ach, da ist ein Schrein! Ist das ein Schrein? Langsamer, langsamer, langsamer. Tatsächlich ist das ein Schrein. Ne? Und so wird man schon wieder abgelenkt. Na, super. Ah. Okay, es wird... Wir schaffen es nicht mehr in diesem Part. Wenn wir jetzt... Wir haben gerade zwei Minuten am Reiten und schon werden wir abgelenkt. Pumanito-Schrein. Aber genau deswegen wollte ich mich auch nicht teleportieren, weil sonst hätten wir jetzt den Schrein nicht gefunden. Sonst hätten wir uns einfach geportet und hätten dann festgestellt, oh, der Schrein ist nicht da. Moment, habe ich das Bild nicht richtig gemacht? Doch eigentlich schon nur ein bisschen verschoben. So, was haben wir hier? Eine leichte Kraftprobe. Kein Problem! Solange die Kraftprobe leicht ist, habe ich damit echt kein Problem. Wir sollten uns vielleicht jetzt noch das Reckengewand anziehen. Oh, 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 was hat der denn hier? So, wir ziehen uns das Reckengewand an. Ähm, das ist... Wobei, können wir können... Ja, das machen wir gleich. Und wir geben Link noch schnell was zu essen. Okay. Boah, das hat ja jetzt gut Schaden gemacht. Haben wir noch irgendwas zur Verteidigung? Oh ja, wir haben den Mega-Verteidigungsspieß hier noch. Dann. Okay, der kämpft nicht schlecht, ne? Boah, es war das bitteschön. Aber es hat uns nur ein halbes Herz Schaden gemacht. Okay, die Waffe reicht nicht, Leute. Die Waffe reicht nicht. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Du wirst kaputt gehen, ob du willst oder nicht. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir machen eine gute Ver... Das sieht gut aus. Äh, ich musste gerade schon wieder einen Cut machen. Es sind immer ein paar kleine Störungen. Tut mir leid, Leute. Ähm. Moment. So, also... Also das hier sehe ich jetzt nicht ein, dass wir das behalten müssen. Oh. Weg. Wir nehmen das zu uns. Das Wächterschild. Ein Schild, der auf antiker Schika-Technologie basiert. Schwächere Strahlen, wie die von Nanowächtern, kann man damit reflektieren. Schwächere Strahlen. So. Das sieht jetzt tatsächlich nicht groß aus, aber wenn wir jetzt kämpfen, mit einer Einhandwaffe... Sieht das Ganze so aus. Ist das nicht krank, Leute? Ist das nicht krank? Wie viele... Drei Stück? Oh, wir haben jetzt... Wir bekommen jetzt unser Viertes. Na, dann lohnt es sich erst recht nach Athenor zu gehen. Noch ein Boomerang. Ähm. Was machen wir denn da jetzt? Es geht nur darum, dass hier alle Kisten geöffnet wurden, ne? Darum geht's. Ist ein und dieselbe Waffe, deswegen ist das hier leider kein Geschenk. Aber tatsächlich, diesen Boomerang, den gibt's einfach mal so aufs Haus. Es ist kein ultraschweres Item, was wir a la Jabo Jabos Bauch einsammeln müssen. Nein. Es gibt's einfach so. So. Schnell das Herz hochgehealt und damit sind wir weiter. Wir haben jetzt 16 Schreine, genau, genau. Ja, jetzt ist das Bild wieder ein bisschen besser angepasst. Immer so, dass wir uns sehen können. Wir haben noch 300 Rubine übrig. Hm. Ist ein bisschen mau, aber wir sind jetzt auch schon bei 10 Minuten beim Part. Ach, ich bin mir so unsicher. Sollen wir echt nach Athenor porten? Aber ihr seht ja auch, warum ich eben nicht porte. Weil wir halt dann viel, viel mehr Gegenstände finden. Zum Beispiel einen Schrein. Es hat ja schon einen Sinn, dass ich gesagt habe, dass wir uns nicht so viel porten. Boah. Ey, die Lichteffekte sind ja auch mal krank. Es ist halt einfach wirklich so. Breath of the Wild ist unfassbar krank. Im Sinne von, Moment mal, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach, wir stehen jetzt hier oben auf der Klippe. Egal, wir machen es zu Pferde. Ich habe es gesagt, also wird es auch gemacht. Aber ähm, Breath of the Wild ist unfassbar krank bezüglich Bäume. Ja, hier seht alles, obwohl es diesen Comic-Style hat, trotzdem irgendwo realistisch aus. Knochenpferde? Kann man die registrieren? Wenn ja, wird das unser nächstes Pferd, Alter. Da vorne leuchtet wieder was. Dieses grüne Licht haben wir doch schon mal gesehen. Oh, 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 oh. Oh, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Ja, für Abendstern kein Problem. Oh, kein Problem. Kommen wir dann eigentlich schneller voran? Wir kommen ausschließlich so voran durch diesen Weg. Na gut. Hier ist noch ein Händler. Sie ist nicht einfach zu finden. Sasunne? Susanne habe ich erst gelesen. Sie heißt Sasunne. Geil. Vielleicht war das mit der Quelle, die Pferde ins Leben zurückholt, ja doch nur ein Märchen. Oh, Entschuldigung. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich habe sie schon gefunden, meine Liebe. Wirklich? Erzähl mir alles. Marlons Quelle? Gott der Pferde? Danke für den Hinweis. Das muss ich mir ansehen. Ja, nur du bist nicht diejenige, die ihn wiedererweckt hat. Hä? Ach, ist das schön. Ach, der Atem der Wildnis. Das klingt aber noch nicht kalt ist. Wie viel Grad sind es eigentlich? 17 Grad in der Nacht. Du hast definitiv keinen Winter, so wie wir jetzt heutzutage. Das ist tatsächlich eher so ein bisschen Sommerzeit. Wobei wir waren, wir waren jetzt auch im Wald von Fironen, ne? Da war es ja ohnehin etwas wärmer. So, und so kommen wir auch problemlos über die Hylia-Brücke. Das holen wir uns dann doch noch schnell ab. Zora-Lanze! Ah, wir haben keinen Platz mehr frei. Dann muss der Schatz warten. Tut mir leid, Leute. Und schnell vorwärts. Die Exile-Forse können auch nicht mehr Abendstern einholen. Dafür sind wir einfach zu schnell. Schnell an den Bockblins vorbei, weil die schon mit ihren Bögen da gewartet haben, uns abzuballern. Das soll auch nicht Sinn der Sache sein. Dieses Bockblins-Lager hier markieren wir mal. Schön, schön. Irgendwas leuchtet da hinten so krass, aber ich weiß nicht was. Jäger, Jäger, sehe ich sofort. Braucht ihr gar nicht hier aufzutauchen. Was ist das für eine Höhle? Guck, es mal anhalten. Ihr seht schon, ne? Man wird hier immer wieder angehalten. Was ist das hier? Hä, was ist das hier? Das sieht nach diesen Krog-Blumen aus, aber die... Ah, ich weiß es. Ah, passt mal auf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, klasse, klasse, klasse. Cooles Rätsel für ein Krog-Rätsel, muss ich sagen. Gefällt mir. Ist wahrscheinlich auch eins der ersten seiner Art, die man so findet. So, und sie steht auch schon im Vormarsch. Immer einen Schritt voraus. Ja. So schaffen wir es. Vielleicht doch noch rechtzeitig gerade nach Hatheno. Und seht ihr, schon wieder... Wir haben jetzt einen Krog mehr gesammelt und wir haben einen Schrein mehr gesammelt. Allein nur dadurch, dass wir jetzt geritten sind. Allein nur dadurch. Pass auf, pass auf. Ruhig, Blut, mein Gestüt. Hier sind wieder viele Gegner unterwegs. Oh, eine Sternschnuppe. Da war doch gerade eine Sternschnuppe runtergefallen und da habe ich das jetzt falsch gesehen. Jäger. Oder nicht? Ich glaube, das waren... Ich will es nicht testen. Ich will es nicht testen, Leute. Dafür so ein Quatsch. Haben wir keine Zeit. Ich habe so gedacht, da wäre jetzt eine Sternschnuppe. Aber ich wollte jetzt tatsächlich mal ein bisschen nach Hatheno. Denn... Dort gibt es noch... was... Kleines, was ich erledigen wollte. Nämlich... Einmal das Zeichen der Bewährung abgeben. Und vor allem auch Kram verkaufen. Es ist wieder so unmenschlich genial. Ich brauche hier nicht lenken. Ich drücke einfach nur auf A und sie lenkt von selbst. Aber lenkt wenigstens richtig von selbst. Total klasse. Abendstern ist ja mal richtig klasse. Da ist noch ein Schrein in der Nähe. Der ist allerdings ganz weit oben. Und auch diese Zwillingsberge sind von unten betrachtet echt heftig, ne? Oh, da sind Edelsteinchen. Moment, hier ist noch ein... Oh, Moment, hier ist ja auch noch ein Schrein. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir den noch hin. Stopp! Strom des Flusses ist sehr, sehr stark. Aber wir kommen rüber. Abendstern wartet dort auf uns. Oh, hier gibt es sogar noch ein Edelsteinchen abzugreifen. Und wenn es nur ein Bernstein ist, es ist er aber. Man muss sich mit den kleinen Dingen hier auch zufrieden geben. RIDAHI-Schrein. Okay, guck mal mal, was du hier zu bieten hast. So. Wie lange am Stück du galoppieren kannst, hängt vom Pferd ab. Suche nach... Das hätte ich jetzt ganz gern gelesen. Okay, es ist auf jeden Fall schon mal keine Kraftprobe. Im Takt. Und... Ganz hinten. Ist das also? Ich glaube, ich kenne den Schrein hier. Ich glaube, ich kenne den Schrein. Das ist jetzt aber auch schön. Ah, das ist... Das ist cool. Das ist cool. Hier ist die nächste Plattform, vermute ich. Das ist ein cooles Rätsel. Nicht schwer, aber gemütlich. Ach, das ist sogar so gedacht, dass wir hier hochkommen. Okay. Okay. Ja, aber ihr seht schon, es ist echt nicht schwer. Oh, da habe ich die Plattform verkackt. Da habe ich die Plattform verkackt. Das war jetzt mein Fehler. Aber wirklich nicht schwer. Also schwer ist was anderes. Ich frage mich jetzt nur, wie wir hier in die Truhe kommen. Ich habe da so eine Befürchtung. Aber unsere Waffentasche ist eh voll. Deswegen machen wir uns da noch eine Schatztruhe hin. Ah, das ist jetzt mal wieder so typisch MDP, ne? Typisch MDP. Das ist ja... Oh Gott. Ich wollte doch heute noch in Atheno ankommen. Hallo. Klar, wir haben jetzt schon einen Schrein gemacht und hier kommt auch schon der nächste. Hoffentlich kriege ich da wenigstens ein cooles Thumbnail zusammen. Aber immerhin, zusätzliches Zeichen der Bewährung tut nicht weh. Okay. So. Weiter geht's. Sie hat brav auf uns gewartet. So brav, dass wir auf ihr landen können. Es ist wie ein Traum. Abendstern, dich kann ich wirklich gut und gerne Begleiterin nennen. Du wirst hoffentlich noch lange, noch sehr, sehr lange Teil meines Teams sein. Oh, jetzt gibt's noch eine Schatztruhe abzugreifen. Komm, das ziehen wir dem noch schnell weg. Das ziehen wir dem noch schnell weg. Schlecht im Zielen, was? Hey, wie der hier ankommt, ne? Soldatenlanze, so eine Scheiße. Dem, glaube ich, lassen wir die Frechheit hier aber auch nicht durchgehen. Bam. Ja, gut, dann bringt uns die Truhe halt im schlimmsten Fall einfach nichts. Komm, 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 komm. Ganz ruhig, komm. Boah. Das war ein kranker Move. Das war ein kranker Move. Hm, hm. Stall der Zwillingsberge ist auch recht groß, aber da wollen wir nicht hin. Ich hatte immer gedacht, hier wäre auch noch ein Stall, aber tatsächlich nicht. Da sieht man mal, wie sehr sich das täuschen kann, dass man auch nicht mehr alles so auswendig im Kopf hat. Ich hatte es ganz anders in Erinnerung. Oh. Keine Furcht vor dem Stein, der im Weg liegt. Es gibt schlimmere Sachen. Das, was den jetzt nicht umgerannt hat, hat mich ein bisschen gewundert. Ja. Ich muss die ganze Zeit nicht ein Stück lenken. Es ist super angenehm. Der läuft wirklich exakt dem Weg entlang nach. Na, die ganze Zeit. Komm, wir vertrauen der Sache doch einfach mal und halten das jetzt so lange hoch, bis wir in Hateno sind. Klar, hier ein bisschen verändern. Kann man immer noch ein bisschen nachrüstieren. So. Und gib Gas. Ich vertraue Abendstern jetzt mal. Ein bisschen tätscheln. So. Pass gefälligst auf. Du sollst weggehen. Pferde haben Vorfahrt. Wenn sie jetzt auch noch eiskalt den richtigen Weg findet, dann raste ich aus, ne? Na, weißt du jetzt wohin? Weißt du wohin? Sie weiß halt einfach automatisch wohin, ne? Mir geht's nur um die Lenkung. Ich will wissen, ob es Abendstern alleine hinkriegt. Ihr müsst mal alle aus dem Weg gehen, ihr Fettsäcker. Macht Platz für Abendstern. Wir sind tatsächlich angekommen. In einem Part. von hier unten nach da oben gekommen und zwei Schreine erledigt. Und ein Krog. Und wir sind gerade jetzt mal so ungefähr am Ende des Parts. Wir haben noch zwei, drei Minuten. Oder vier oder fünf, so um den Dreh rum. Denn, wir müssen ein bisschen neue Äpfel sammeln gehen. Einerseits. Aber nein, ich bin jetzt nicht nur wegen Äpfeln hierher gekommen. Das wäre etwas lame. So. War hier nicht noch ein Apfel? Kann mich natürlich auch getäuscht haben. Vielleicht der Schwert ist zerbrochen. Kein Problem. Wir wollten Zeug verkaufen gehen. Was wir alles mal so gesammelt haben. Hier ist der Cremaladen. Hier gibt es den nicest Stuff. Ich will verkaufen. Wir gucken jetzt mal, was wir verkaufen wollen. Wir haben auch jeder... Ah, die Flederbeißer-Füllüge bringen leider nicht viel. Schade. Was ist denn mit dem Schleimgelee? Oh, von denen könnten wir tatsächlich ein paar verkaufen. So viele brauchen wir jetzt auch nicht von denen. Ich habe 200 Rubine. Warum nicht? Wertvolle Teile, wenn ich das mal so anmerken darf. Rodonit verkaufen wir. So, und guck mal, die Leuchtsteine. Ein Leuchtstein. 70. 500 fucking 60 Rubine. 560. So, hier hatten wir noch drei Opale, ne? Und ein Bernstein. Genau. Genau. Das war's, was ich tun wollte. Ich wusste nämlich schon, dass das hier... Wo bist du denn? Schon wieder. Leck. Input, Leck. Ich mache nichts und der läuft trotzdem einfach. Es nervt. Okay, Abendstern. Du kommst mit mir mit. Ja, ist alles gut. Alles gut. Ich möchte mir gerne nochmal unser zukünftiges Haus anschauen. Das wir hoffentlich bald kaufen können. Ah, ich mache noch kurz was anderes. Moment. Ich porte mich schnell nochmal hier hin. Nur damit wir schnell mal kurz die Rubine-Anzahl sehen können. Damit wir jetzt gucken können, wie viele wir haben. 1500 fast. Wir haben vorher 1000 erst ausgegeben für Marlon, ne? Das ist krass. Das ist krass. Heftig. So. Direkt mal runterrutschen, ne? So. Also, Abendstern. Ich habe es dir versprochen. Also mögest du es auch kriegen. Bitte schön. Eine leckere Fit-Karotte. Ja. Ja. Weißt du was? Du kriegst noch was. Vielleicht isst sie ja sogar Äpfel. Es wird mich ehrlich gesagt wundern, wenn nicht. Sie isst auch Äpfel. Oh, wie süß. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Kann ich dir noch irgendwas geben? Ein Flederbeißer-Auge. Nein, Spaß. Ist sie Fleisch? Nein, tatsächlich nicht. Vielleicht dann doch eher Früchte. Habe ich noch irgendwas anderes? Aber wir haben noch Schwertbananen, ne? Komm, die Belohnung muss ein bisschen größer ausfallen. Hat sie jetzt genug, hm? Wie dem auch sei. Oh, hier spawnt übrigens immer ein Gratishammer. Falls ihr einen braucht, ne? Hier gibt es Gratishammer. Der erscheint immer wieder neu. Es gibt nämlich genug von denen. In dem Sinne, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für diesen Part. Der Marathon geht noch ein bisschen weiter. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es wieder heißt, Let's play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Der Breath of the Wild Marathon geht heute weiter. Und holy shit, ich bin schon ziemlich lange in der Aufnahme drin. Den ganzen Tag nur im Aufnehmen. Und gestern auch schon. Nur für diesen heutigen Marathon. Das ist klasse. Aber wie wir sehen, es lohnt sich. Wirklich. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst einen Daumen da. Und im nächsten Part geht unsere Reise weiter. Ciao.